Ein Maß für die Wärmedämmung von Bauteilen finden heißt, den Widerstand gegen das Bestreben nach Wärmeaustausch zwischen innen und außen zu ermitteln. Der Wärmewiderstand eines Bauteils beziffert zum einen, wie schnell oder langsam das Bauteil Wärme leiten kann, zum anderen, wie sensibel es auf Temperaturschwankungen reagiert. Er setzt sich also aus zwei Kenngrößen zusammen, aus der statischen und der dynamischen Kenngröße. Die statische Kenngröße beschreibt jenen Wärmetransport, der bei konstantem Temperaturgefälle durch das Bauteil von der warmen zur kalten Seite dringt. Hat ein Baukörper eine große statische Kenngröße des Wärmewiderstandes, leitet der Baustoff sehr schlecht Wärme weiter. Ermittelt wird sie aus dem Reziprok des sogenannten Lambda-Wertes. Die dynamische Kenngröße des Wärmewiderstandes beschreibt das Widerstandsverhalten gegen Abkühlung oder Erwärmung, also gegenüber einer Änderung des Temperaturgefälles. Hat ein Bauteil eine große dynamische Kenngröße, werden Temperaturschwankungen vom Bauteil abgepuffert. Es erwies sich nämlich, dass Baustoffe existieren, die zwar gute statische Kenngrößen aufweisen, aber dem Wärmeverlust der Innenräume nichts entgegenzusetzen haben, sobald die Außentemperatur sinkt oder schwankt. Der dynamische Kennwert des Wärmewiderstandes gibt an, wie schnell das Bauteil oder der Baustoff nach Abkühlung der Außenseite die Wärmeverluste der Innenräume der geänderten Temperaturdifferenz anpasst. Kühlt sich die Außentemperatur ab, so wird zunächst nicht sofort entsprechend mehr Wärme aus dem Innenraum abtransportiert, sondern erst wird die Temperatur des Bauteils Zentimeter für Zentimeter der neuen Außentemperatur angepasst. Zuerst kühlt sich der Baukörper ab. Die Wärme des Bauteils wird nach außen getragen, so lange, bis sich wieder ein statischer Zustand eingestellt hat. Erst dann wird aufgrund der Größe und Differenz von innen und außen mehr Wärme durch das Bauteil geleitet. Erwärmt sich andersherum die Außentemperatur, so werden die äußeren kalten Schichten des Bauteils durch die nunmehr wärmere Außentemperatur erwärmt, ohne dass Wärme aus dem Inneren dazu benutzt werden muss. Der dynamische Kennwert erklärt sich als Verzögerung gegenüber spontaner Änderung der Außentemperatur. Insbesondere tritt dieses ein, wenn nachts die Außentemperatur fällt oder wenn am Vormittag die Außentemperatur ansteigt. Herrscht zum Beispiel Wind, so stellt sich folgender Effekt ein, den der Wetterbericht als gefühlte Temperatur bezeichnet. Ein Wasserglas mit 20 Grad warmen Wasser kühlt sich in einer Lufttemperatur von 0 Grad in 10 Minuten auf 10 Grad ab. Herrscht nun Wind, geschieht dieses bei gleicher Lufttemperatur 0 Grad schon in 7 Minuten. Also so schnell, als wäre die Lufttemperatur nicht gemessen in 0, sondern minus 5 Grad Celsius. Diese Abkühlungsentsprechung bezeichnet man als gefühlte Temperatur, obwohl sie nicht gefühlt, sondern gemessen wird. Herrscht zum Beispiel Wind der Windstärke 3, so ist der Wind nie gleichbleibend stark. Er schwankt zwischen Windstärke 1 und 5 und dementsprechend ändert sich permanent die eigentliche Temperatur bzw. die gefühlte Temperatur. Sobald also Wind herrscht, gewinnt die dynamische Kenngröße gegenüber der statischen Kenngröße des Wärmewiderstandes an Dominanz. Vergleichen wir einige Baustoffe. Geschäumte Kunststoffe wie Styropor dämmen unter konstanter Temperaturdifferenz mit einer statischen Kenngröße von 28. Deswegen sind sie auch zur Isolation von Kühlschränken gut geeignet. Die dynamische Kenngröße aber beträgt nur 0,2. Daher entspricht die Dämmwirkung von Styroporwänden in der Praxis nicht den Berechnungen auf der Rechengrundlage der statischen Kenngröße. Denn jeder Windstoß stört sofort die Dämmwirkung. Die Lehmwände in alten Bauernhäusern haben zwar eine wesentlich schlechtere statische Kenngröße als Styropor, dass sie aber dennoch ihren viel gelobten Dämmcharakter besitzen, resultiert aus ihrer deutlich besseren dynamischen Kenngröße. Dämmwirkung Dämmwirkung